sodass ich den geringen Raum in der Küche optimal nutzen kann. Jetzt präsentiere ich euch die fertige Kindergartenküche. Die Küche habe ich U-förmig und teilweise tiefengekürzt gestaltet, sodass ich den geringen Raum in der Küche optimal nutzen kann. Und ich habe hier ein helles Alpinweiß mit einem Mineralbrin kombiniert, um die Küche farblich einfach richtig schön zu gestalten.